Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, dieses Mal selbst für diesen Kanal relativ ungewöhnlicher Inhalt. Heute soll es gehen um Kochen mit KI. Was soll das schon schief gehen? Wie man am Bild vielleicht sieht, so, hm, was hast du nun schon wieder angestellt? Ja, und das gucken wir uns heute mal an, was KIs so anstellen, wenn wir sie nach Rezepten fragen. Zu diesem Video wurde ich inspiriert durch diesen Skandal um die Extra-Ausgabe des Rezept-Magazins Lisa Kochen und Backen. 99 Pasta-Rezepte vom Burda Verlag, die, ohne das anzugeben, ihre Rezepte mit Chat-GPT und MidJourney erstellt haben. Also Texte durch Chat-GPT und die Bilder dazu durch MidJourney. Und da habe ich mir gedacht, ja, sowas kann ich auch, aber mit wirklich freier Software. Also alles, was ihr immer so auf der Seite seht, also auf der linken Seite, wo so eine, ja, Lasagne ist, die ist natürlich nicht echt. Die ist durch Stable Diffusion entstanden, die ist generiert und ich finde, das sieht eigentlich, ja, also sieht eigentlich schon ganz lecker aus. Dieses Besteck da unten, naja gut, das ist vielleicht gewöhnungsbedürftig. Wenn ihr ein bisschen mehr zu diesem Skandal noch wissen wollt, könnt ihr da bei Heise oder bei vielen anderen Medien war es auch zu lesen, was da passiert ist. Einfach nochmal gucken, worum es da genau ging, aber die haben es halt generiert, ohne es zu kennzeichnen. Mussten aber angeblich noch mit zehn Menschen hinterher nachkorrigieren. Von daher weiß ich nicht, ob da jetzt so der großartige, ja, ob da jetzt so viel Geld mit gespart wurde oder Zeit oder so. Oder ob es irgendwie ein Experiment war. Lest das einfach mal nach. Genau, also ich habe jetzt statt Chat-GPT, GPT for All genommen. Das könnt ihr auf eurem lokalen Rechner ausführen. Und ihr braucht nicht mal eine starke GPU dafür. Die Generierung ist je nach CPU mehr oder weniger schnell. Also normalerweise eben nicht so schnell, aber es kommt hinterher was bei raus. Und für Stable Diffusion braucht ihr eine Grafikkarte, die 3D-Beschleunigung hat oder vielmehr bei Nvidia ist es CUDA, diese Schnittstelle. Und bei AMD-Grafikkarten gibt es was Ähnliches, um diese Berechnung deutlich zu beschleunigen. Die passende Software könnt ihr natürlich auch runterladen. Einmal unter GPT for All.io Index HTML. Und da ist so ein Installationspaket, was ihr auf verschiedenen Betriebssystemen installieren könnt. Und das euch Sprachmodelle dann herunterlädt, wenn ihr die auch wirklich haben wollt. Also die sind relativ umfangreich, zwischen 4 und 8 GB. Und es gibt auch einige schon jetzt dafür, die man direkt in dieser Oberfläche runterladen kann. Für Stable Diffusion gibt es verschiedene Oberflächen. Ja, soweit ich weiß, sind die webbasiert. Also ich kenne zwei verschiedene. Und das, was ich jetzt benutze, ist die Stable Diffusion Web UI. Also das ist eine fein konfigurierbare Oberfläche, mit der man sogar trainieren kann. Also eigene Modelle trainieren kann. Da kann man auch Teile aus Bildern ersetzen durch generierte Inhalte und sowas. Aber man kann auch ganz normal damit Bilder generieren. Also sowas wie die Lasagne hier. Das geht alles wunderbar damit. Die Oberfläche ist vielleicht nicht die einfachste, aber sie ist wunderbar umfangreich. Und man kann sehr viele Parameter dort einstellen. Dann unser erster Koch für heute. Der hat uns ein wunderbares Lasagne-Rezept gezaubert. Das ist GML NUS GPT4 VIKUNA 13B. Wenn ihr mehr über diesen wunderbaren Koch erfahren möchtet, geht auf die Hugging Face Seite dazu. Und meine Anfrage daran war, erstelle ein Rezept für Lasagne. Das ist übrigens die Anfrage, die ich an alle Netze hier gestellt habe. Alle Rezepte findet ihr hier unten verlinkt. Ja, aber zum Nachkochen würde ich sagen, sind sie eigentlich ungeeignet. Oder ihr müsst hinterher wissen, was das ist und dann eventuell einige Zutaten auch weglassen. Würde ich sehr empfehlen. Aber gucken wir doch mal rein. Ja, das hier ist jetzt die Ausgabe von unserem ersten Koch. Also Eingabe und hier die Ausgabe. Also alles, was hier jetzt kommt, bis auf die Sternchen, die ich nochmal nachgeguckt habe, weil ich nicht wusste, was es wirklich ist. Und zum Glück irgendwie nachgeguckt habe, ist das wirklich so dort rausgefallen. Also es fängt an, hier ist das Rezept für Lasagien. Okay, Lasagne-Rezept, Zutaten, zwölf Lasagne-Blätter. Okay, gut, in Ordnung. 150 Gramm Tomaten, ja, zwei Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, 50 Gramm Carneol. Hm, Carneol, musste ich erstmal nachgucken. Ist das jetzt irgendwie ein super tolles Kraut oder ein Gewürz, was ich nicht kenne? Also das habe ich mal nachgeschlagen. Da habe ich Wikipedia gefragt, was das ist, Carneol. Ein Carneol ist ein Edelstein, der in verschiedenen Brauntönen sowie Feuerrot auftritt und zur Herstellung von Schmuck verwendet wird. Hm. Also das ist jetzt was für alle, die so eine interessante Knirschnote bevorzugen. Aber ich würde Carneol an der Stelle einfach weglassen. Ich glaube, das will ich nicht. Das ist schlecht für die Zähne. Also das lasst mal weg. Ja, dann haben wir hier 50 Gramm Zitronensaft. Ja. Dann 150 Gramm Quark. Boah, wer es mag. 200 Gramm Rindfleisch. 200 Gramm Hühnerfleisch. Boah, würde ich sagen, kann man machen. Eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer, Parmesan, Panko. Panko? Okay, mal gucken, was ist Panko? Panko. Ein aus der japanischen Küche stammendes Paniermehl. Ja, warum nicht? Also warum das jetzt unbedingt japanisches Paniermehl in einer eigentlich italienischen Lasagne sein soll? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, warum nicht? Nehmen wir das. Und dann noch zwei Esslöffel Olivenöl. Ja, also ist jetzt bis auf Karniol jetzt nichts bei, was jetzt großartig schädlich wäre oder wo ich mir denken würde. Also das ist so eklig, also das geht gar nicht. Also ist schon irgendwie in der okayen Richtung. Kommen wir zur Anleitung. Erstens Tomaten fein hacken und in einer Schüssel mit etwas Olivenöl bei mittlerer Hitze anbraten. Boah. Zweitens Zwiebeln ebenfalls fein hacken und zu den Tomaten hinzufügen. Also ich würde es ja umgekehrt machen. Ich würde eher die Zwiebeln als erstes anbraten, damit die eben dieses Röstaroma haben. Und dann kommt hinterher das Matschige, das Feuchte obendrauf. Dann brät das ja nicht mehr so richtig. Also das würde ich insofern schon umdrehen. Also erst die Zwiebeln fein hacken und dann in Olivenöl anbraten. Und dann erst die Tomaten dazu. So, aber vielleicht gibt das einen ganz neuen Geschmack. Ich weiß es nicht. Dann als nächstes Knoblauchzehe. Carneol natürlich. Nicht vergessen. Zitronensaft, Quark, Rindfleisch, Hühnerfleisch, Salz und Pfeffer hinzufügen. Alles gut miteinander vermengen. Kann man machen. Drittens. Das Rindfleisch und das Hühnerfleisch getrennt zubereiten und goldbraun braten. Warum getrennt? Keine Ahnung. Vielleicht aus irgendwelchen Geschmacksgründen. Keine Ahnung. Mit Gemüse vermengen und abkühlen lassen. Warum abkühlen? Und Gemüse. Ich gucke nochmal auf das Gemüse. Also Tomaten würde ich sagen gehen als Gemüse durch. Aber dann Zwiebeln, Knoblauchzehe. Ist das Gemüse? Also so wirklich Gemüse haben wir sonst auch nicht drin. Hm. Drei Esslöffel Parmesan in eine Schüssel geben und mit Panko vermengen. Ähm. Parmesan, Panko, drei Esslöffel. Ja. Also das denke ich kriegt man aus den 50 Gramm noch raus. Jede Lasagne blättern. Ja das stimmt ja wirklich. Jede Lasagne blättern mit einem Teelöffel Rindfleisch, Hühnerfleisch-Gemüse-Gemisch und einer Tasse Quark belegen. Jede... Okay. Also dann mache ich zwölf einzelne Blätter. Die nehme ich und belege sie alle mit einem Teelöffel von dieser Matsche hier und mit einer ganzen Tasse Quark. Ich glaube da geht mir relativ schnell mein Quark, der nur 150 Gramm haben soll, aus. Sag ich einfach mal so. Ja. Mit einer Blätterplatte abdecken und in den Ofen schieben. Zwei Esslöffel Olivenöl auf die Lasagne Blätter gießen und bei 180 Grad ca. 25 Minuten backen. Die Backen Lasagne Blätter mit Parmesan-Panko-Gemisch bestreuen und noch 10 Minuten backen. Also ich würde das ja nicht so machen. Also der Aufwand ist relativ groß dabei. Kann man... Ach ich würde es so nehmen. Egal. Die Backen Lasagne Blätter mit dem restlichen Parmesan-Panko-Gemisch bestreuen und noch 5 Minuten backen. Lasagne servieren und genießen. Hm. Ja. Ja. Also mich würde es interessieren, was da nun wirklich rauskommt. Wenn ihr wollt, macht das einfach mal so nach. Lasst natürlich Carneol weg. Oder nehmt Carneol hinterher zum Garnieren vielleicht obendrauf. Vielleicht sieht das wunderbar Schmuck aus hinterher. Und dann macht mal ein Bild davon. Mich würde das interessieren. Das ist zwar irgendwie Quatsch und auch schreibt dazu, wie es geschmeckt hat. Würde mich echt interessieren. Aber ich will das so nicht machen. Kommen wir zu unserem zweiten Koch. Das ist ggmlstablevicuna13b.q4-2. Wenn ihr mir über diesen tollen Koch rausfinden möchtet, gibt es dazu natürlich auch eine Seite. Und ich habe wiederum dieselbe Anfrage gestellt. Und daneben ein Symbolbild ohne tiefere Bedeutung. Schauen wir uns mal an, was dieser Koch uns für einen Rezeptvorschlag macht. Es geht los mit den Zutaten. Wir brauchen 250 Gramm Lasagne-Nudeln, 250 Gramm Rindfleisch, 250 Gramm Gemüse. Zum Beispiel Zucchini, Paprika, Korotten. Irgendwas. Hauptsache Gemüse. Kommt nicht so drauf an. Und dann ganz, ganz wichtig, alles was Geschmack reinbringt. Also Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Basilikapulver, Oregano und Thymian. Ja, und dann geht es wieder los mit Kreuzkümmel, Paprikapulver. Also Gewürze sind sehr, sehr wichtig. Also ich habe es eine Zeit lang laufen lassen. Aber dieser Block hier hinten, ein halber Teelöffel Kreuzkümmel, Paprikapulver, Basilikapulver, Oregano und Thymian. Das wiederholt sich immer, immer wieder. Also es kommt nicht zu einem Ergebnis. Also diese Zutatenliste ist endlos. Und diese fünf Kräuter hier, die sind extrem wichtig. Ihr müsst immer wieder einen halben Teelöffel vorrätig haben, damit ihr damit irgendwas machen könnt. Aber es wird euch nicht gesagt, was. Also von daher würde ich sagen, der Koch hier ist mit dem Rezept einfach durchgefallen. Kommen wir zum Koch Nr. 3. Das ist GGMLMPT7BBASE. Mehr Informationen gibt es hier. Natürlich wiederum dieselbe Frage. Erstelle ein Rezept für Lasagne und ein Beispielbild wiederum ohne weiteren Informationsgehalt. Es ist einfach bloß ein Beispielbild für eine Illustration, wie andere das auch so machen. Es hat keinen Inhalt. So, gucken wir uns an, was da zu holen ist. Bei unserem dritten Koch haben wir hier, hier ist das Rezept für Lasagnen. Ein Teelöffel Salz, zwei Elfenbeinblätter oder zwei Esslöffel Zucker. Okay, Elfenbeinblätter. Vier Eigelb, 200 Gramm Tofu in kleine Stückchen geschnitten und mit Salz abgetropft. Ach, die bestimmt auch mit Salz abtropfen. 400 Milliliter Wasser, 300 Gramm Kichererbsen gewaschen und fein gehackt, 100 Milliliter Milch oder Sojasauce. Also, damit kriegt ihr auf jeden Fall eine sehr persönliche Geschmacksnote rein. Also, ihr könnt das entweder so oder so machen. Also, wenn ihr einen etwas eher kräftigeren Geschmack haben möchtet, dann nehmt ihr natürlich 100 Milliliter Sojasauce. Dann haben wir hier auch frei nach Geschmack 150 bis 180 Gramm Parmesan, drei Knoblauchzehen, also nächsten Tag sollte man nicht unbedingt unter Leute, ein Bund Petersilie, ein Bund Basilikum, ein Bund Thymian, ein Pfefferkörner, also nicht so scharf das Ganze, aber sehr kräuterig, ein großer Lachsfilet für die Auflaufform, eine Packung Tomatenmark. So, also, es sind immerhin schon fast überall Lebensmittel drin. Also, diese Elfenbeinblätter, keine Ahnung, klingt erstmal komisch, habe ich jetzt, nein, ich habe es nicht nachgeguckt, Moment. So, ich habe jetzt das mal kurz nachgeschlagen, was so ein Elfenbeinblatt ist. Also, einmal, was der Name auch schon irgendwie sagt, also aus Elfenbeinen wurden irgendwie Blätter gemacht und die wurden für verschiedene Dinge im Kunsthandwerk mal benutzt, so heute hoffentlich zum Glück nicht mehr. Und dann gibt es noch irgendwie eine Art von Stickerei, dass da so, ähm, ja, Blattmuster gestickt werden. Also, das ist nichts zum Essen. Ja, also von daher nehmen wir an der Stelle doch lieber zwei Esslöffel Zucker. So, mal gucken, wie jetzt unser Rezept ist, also unsere Zubereitungsanleitung, erstens die Soße herstellen. Finde ich mal gut. In einer Pfanne erhitzen Sie den Öl auf mittlerer Hitze. Dann geben Sie die Kräuter hinein und sortieren sie kurz an. Ja, was ist das? Sortieren? Ich glaube. Ja, genau, also, mhm, mhm, Kräuter in Öl. Warum nicht? Nun legen Sie die restlichen Zutaten zu der Soße zusammen und rühren diese gut um. Nach etwa zehn Minuten sollte eine glatte Masse entstehen. Das Ganze wird nun über die Hälfte des Lasagne-Form-Mens verteilt werden. Ja, okay. Boah. Den Filet-Topf-Fett... Ja, das steht da wirklich. Den Filet-Topf-Fett unter dem Formschutz darauf verteilen und dann nochmal alle Zutaten vermengen. Jetzt können wir die Fertigkeit im Ofen backen lassen. Bei 180 Grad Celsius, bei Gasgrill B. Also, Formschutz darauf verteilen und dann... Also, ich bin jetzt so leicht raus. Also, wir sollen wahrscheinlich Lachs in die Form reintun, da ein bisschen verteilen und dann mit dem Rest vermengen das Ganze in den Ofen rein und, ja... Zweitens, backen. Mit einem Schneidemesser die Auflaufform ausrollen und anschließend jeweils dreimal durchlegen. Okay. Also, hinterher habt ihr auf jeden Fall eine kaputte Auflaufform, weil ihr die mit einem Schneidemesser kaputt macht, dann ausrollt und dann dreimal durchlegt. Auf jeden Rolltisch einen schwarzen Papierstreifen setzen. Diesen Streifen muss sich am unteren Rand befinden. Der Rest der Form wird damit als Unterlage dienen. Da es keine Fleischmasse gibt, kann man auch kein Gratengpapier benötigen. Im Gegenteil. Da es nicht mehr Fleisch sein wird, sondern nur Veganer speisen, könnten sie sogar einfache Folien verwenden. Als nächstes sind die Kleingewichte von der Soße auf die Auflaufform verteilt. Danach folgt die Menge von Gemüse, die übrigens sehr wichtig ist. Es handelt sich hierbei um die Basis ihres Rezepts. Also, vielleicht meinen die hier Basis. Man spricht oft davon, dass man so viele Portionen wie Personen hat. Doch wenn ich mal meine Freunde fragen, ob ihr mir nachgeben möchtet, dann kommen doch immer wieder fünf Leute zur Antwort. Und natürlich habe ich nie genug Platz zum Essen. Deshalb empfehle ich dir, vielmehr drei bis vier Portionen pro Person zu berechnen. Natürlich variiert dies je nachdem, was du essen willst. Ich selbst bin aber gerade gar nicht zu stark. Meiner Tochter haben wir heute Abend gemacht und ihr musste mich danach berichten, dass ich fast alles getrunken hatte. Aber trotzdem war es super. Solltest du also deine Portionen bestimmen, dann mach dir bitte vorher einen Plan. Vielleicht hast du ja gleichzeitig andere Sachen zu kochen. Oder, hab du irgendeine Party planen? Wirklich niemand weiß, wo die Zeit fliegt. Auch wenn jeder seine eigenen Vorräte besitzt, steckt dieser Weg definitiv nicht in unserem Alltagsspektrum. Also mach du uns jetzt einen Plan. Was sollen wir morgen früh machen? Wo bleiben die Bestimmungen? Welche Zeiten brauche ich für welches? Haben wir Fragen bezüglich eines Produktes? Warum nimmt man X und nicht Y? Also mehr Arbeit ist es, wenn man ohne Plan nicht fertig ist. Erst reinkriegen wir dann den Tag. Unser Plan lädt sich per Handy ein. Am Ende des Monats stellt sich dann fest, wer vom Team arbeitete am besten und welcher Projektleiter stand am besten dran. Einige Menschen finden es schwer, ihre Verantwortlichkeiten zu teilen. Je nachdem, wie viel Stress man hat, bringt das anders. Selber habe ich schon mal einen Terminplan gefunden, der mir helfen konnte, meine tägliche Routine zu organisieren. Hierzu wurde eine Excel-Datei benutzt. Daraus ergibt sich ein Diagramm, dessen Farbigkeit angestrebt wurde, um die verschiedenen Aktivitäten zu unterscheiden. Jede Tagesaktivität wurde in einem separat gelockten Tabelleneintrag platziert. Dadurch wurden die Daten relativ einfach lesbar. Damit ist außerdem deutlich, dass man nicht nur mit einer App mobil funktioniert, sondern auch mit einem Desktop-Computer. An dieser Stelle endet die Zubereitungsempfehlung mit, ja, vielleicht so ein bisschen leicht durchscheinender Kritik an einigen Personen, die in der Küche nicht so viel tun oder insgesamt so ein bisschen unorganisiert sind. Also von daher, wenn ihr eure Küchenarbeit mal so ein bisschen organisieren möchtet, sind ja vor allem farbige Abschnitte sehr wichtig. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ein weiterer kleiner Ausflug in KI-Systeme, was mit freien Systemen, die ihr ja direkt auf eurem eigenen Rechnern ausführen könnt, so alles möglich ist. So ein bisschen humoristisch darf es auch manchmal sein. Von daher, ja, fand ich es ganz lustig beim Vorlesen oder auch beim Generieren. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran gehabt. Ansonsten, ja, abonnieren, Knopf drücken, Glocke drücken, was auch immer, den Elch knuddeln, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Vielen Dank.